Und Willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftung Latte 2000 und wo sind letztendlich stehen im Team? Wir haben kurz die von Ultima auspackt und auch probieren und selbst noch mitten da drin dabei. Und ja, wenn wir heute noch schaffen werden. Wir haben schon mal ordentlich. Aber der Einzige ist geil. Oh, da haben sie sich etwas Gutes dabei ausgedacht. Ah, der Berg ist ein bisschen schwierig. Ich lasse das nochmal. Ah, so macht man auch da drohen Ball machen. Dann wieder Spaß. Wird immer besser. Krieg ich um mich anhalten. Gar nichts. Ich verliere keine Zeit. Natürlich. Bei dem brauchst du auch keine Quarterball mehr. Das wäre jetzt schön. Na, die kommen wir mit Snart fast perfekt genommen. Sag ich mal. Ich werde immer wieder krass wie knapp das dann bevor Festkammer ist. Ich werde immer wieder krass. herrlich wunderhübsch aber waren jetzt 1.500 Ballen schon waren schon die 5.000er Ballen so gut wie es aussieht ja jetzt sind die 5.000er Ballen jetzt haben wir die russischen 1.13 herrlich Leute dann kann man das sagen so ich kann den Motto jedem wärmsten empfehlen das sage ich direkt schon er lohnt sich auf jeden Fall wir sind schon bei der Hälfte von der Spur wir sind fast bei der Hälfte wir haben schon 10 Ballen gut 1x so für mal anhalten muss werden hierfür netz und folie zu wechseln folie wir haben angezeigt wird wenn die folie zeit leer ist da bin ich sehr gespannt auch ob ich hier automatisch gewechselt wird ich weiß überhaupt gar nicht ich habe mir das video davon angeguckt ich kann mich aber nicht daran ändern wie das war ich habe gerade schon stehen gelassen aber schafften war dass die war noch mit anderen auf den hänger angenommen wert aber dann weil man schlief die paletten von den zugehörigen hat angenommen werden wer weiß also geben und es ist natürlich ein bisschen werfen haben aber alles ganz gut ich müsste mal den Dings im Auge behalten den 41 muss ich eigentlich mal kontrollieren gerade das fertig hatte abgebrochen oder sonst irgendeine scheiße mal gucken oder macht ihr das fertig okay da ist es nicht so wird uns einmal drücken hier runter lassen da auch jetzt schon können wir schon mal die beise durch haben direkt schon mal die zeit vor jahren damit war ja klar kommen muss man mit dem kartoffel hinterher kommen die hinter schweiz hinten war das vielleicht auch mal vier glaube ich naja noch mit raps und links fertigwert vermutlich mal den ich alles nicht ganz so einfach das ist doch eine scheiße so und da steht nichts im weg dass er hier alles leer machen kann eigentlich sollte der nur verstecken bleibt hat er bis jetzt nur also hier so jedoch ich wollte noch morgen für das schnell auf der dacke du darfst so einmal zurück zwischen der netz war 53 prozent ok aber vier bankreden mit griechern mit noch gewickelt damit beispielsweise wieder jetzt gemacht wird da bin ich richtig gespannt jetzt ich bin jetzt mal wieder auf die 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 sonst noch drei waren Johnny Fias Ja wo es ist, bis bergauf Jetzt bin ich gespackt So noch eine Folie, ein Balkon machen jetzt Lass die Folie alle Warten schon zum Austaus, keine Ahnung Keine Ahnung Oh das ist der letzte Ball Man sieht wie er das angezeigt wird Ich bin überrascht Ich bin überrascht Oh, ich bin überrascht so herrlich so schließen hier 9 prozent noch ok ist also im zack für also 20 sparen krieg ich eine rolle und zweifel da wird noch schnell darauf geht wo es netz aber auch immer schön angezeigt wenn ich mit dir dacht ich habe schon den bock ist sie baut hat das stimmt ja auch noch einer der weg ja geschmack na gut dann einmal gleich diese beiden einsamen werden die für beifüttern beifüttern einiges sagt wieder brauchen jetzt noch und dann der märzzeit hochstellen aber kommt gleich noch der nächste war dafür nichts vor wenn wir dann nicht die zeit hochstellen ja doch doch genau dann was war größer 1 über das auf jeden fall schon mal die richtige entscheidung von uns da gibt es denn wenn du keine halle die schale gestehen zwei jahre haben gearbeitet haben das heißt aber das hat schon ordentlich das ist schon mal so weil ich muss als nächstes heubach strohball noch mal machen oder wie viel stroh habe ich dann muss müsste ich mal nachrufen ich weiß ich glaube ehrlich gesagt netz aber hier wird das auch schon ein jahr als kriegen sehr schade zu verkommen zu lassen wobei nach einem Wender muss ich eher ein Schwader und Mahol machen vielleicht kann mir eh alles da weg aber egal gibt es noch keinen Ball mehr aber vielleicht ja so sieht doch herrlich aus 400 sein das ist ja eigentlich nichts so einmal inspekt macht wieder rein so dann holen wir uns einmal gerade schnell den hänger würde die rasbar hierüber mit stellen werden nur gasbaden sein nämlich mal keine halbe so wir haben ja angenommen die scheiße und dann nicht warum wir jetzt machen aber es mit scheiß gras bei mir und bei mir nicht da muss man gucken was das werden jetzt angenommen so man muss noch mal zwar die jetzt angenommen werden das ist die große frage scheiße da war große scheiße da gebe ich dort war ich jetzt selber schuld da war ich aber jetzt noch verfolgt lasse jetzt ich will gucken als was die waren jetzt angenommen werden so Jetzt gerne eine Brust. Wir dürfen eigentlich das Grasbundbaden durchgehen. So. Machen wir gerade speichern bitte. Ich bin nicht gespannt. Was wird das jetzt sein? Das sieht aus wie Grasbundbaden gemischt. Das muss erst die erkannt werden. Manchmal schießen wir. Ach. 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 Okay. Dann habe ich nichts über. Hätte ich mit gesparen können. Gerade aber egal. Wir haben so. Wir haben da mit unserer Silage. Und das ist okay. Weiß Bescheid. Also irgendwie nur so ein Grafikpack oder was. Ich würde einfach mal sagen. Wer es euch gefahren hat. Und heute schauen wir mal wieder 1, 2, 9. Folge von Let's Play LaFestonator 2015. Bis dahin. Ciao.